Herzlich Willkommen hier bei uns in Bühler in der reformierten Kirche. Halleluja! 300 Jahre Bühler! So haben wir am vergangenen Sonntag angefangen mit unseren Feierlichkeiten. Und jetzt jagt ein Höhepunkt den nächsten. Heute sind wir hier und hören Musik aus drei Jahrhunderten. Das Appenzeller Kammerorchester und Solistinnen und Solisten aus Bühler werden sie ergänzen, haben Musik einstudiert, die uns jetzt ein bisschen mitnehmen wollen auf die Reise in die Vergangenheit und dann auch wieder hinein in die Gegenwart. Und der Höhepunkt ist dann die Komposition zum 300 Jahre Jubiläum von Jörg Surber, also das Jubiläum ist von Bühler, aber Jörg Surber hat das schon gestiegen. Und immerzu fließt der Rot. Ich bin gespannt und freue mich sehr drauf. Herzlichen Dank! UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Nun me responde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020